Hi Leute, ich bin's AlexPlays und willkommen beim neuen Video, eher gesagt beim kurzen Video, denn ich wollte sagen, ich bin jetzt ein Rule Leader, weil einer rausgegangen ist und ich wurde dann zum Leader ernannt sozusagen und wir suchen jetzt Member, wir sind gerade 5 Stück, PS4 Spieler mit Headset natürlich, über eine 1er KD, Sniper und Public Spieler besuchen wir und ja, EditBase, RuleSnipe, nochmal eine Videobeschreibung, schreibe ich das rein und ja, das war's eigentlich, schreibt in die Kommentare, falls ihr rein wollt oder so oder edit mich und ja, das war's eigentlich, tschüss bis zum nächsten Mal, tschüss.